hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge von die kreative verse wie immer mit ja wie immer mit dabei das werschen und little miss nightmare ich merke nein 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 so wie ich jetzt hier steht sieht es auch so pinkeln würde du ja ja weil ich so mitte hier stehe und dann sieht das so ja was machen wir heute ja ich die frage wie am dienstag genau wir laufen wieder auf den bäumen super ja soll man richtung süden gehen aber machen aber ein bisschen genau da waren wir ja noch nicht so wirklich jetzt unten im wasser und warte nun auf stein und das ist doch dann würde ich sagen auf die bei mir doch immer guck mal haben wir doch letztens über den chest geredet nach um einen bau jörg keiner gesehen da keine Ahnung was das mit den chestes so wir sind richtung süden gelaufen ja hier ist der test hier ist süden nur zehn schießt wohl war auch nicht schlecht durch den kann die ohne gehen die sichere die sichere ich hab's heute er ist nicht mehr herbe lp er ist jetzt her fährt lp da oben ist noch eine chest siehst du die chest kommt nachts raus wir haben angst im dunkeln angst im hellen tatsächlich komme ich nur noch nachts raus sonst waren die ja tagsüber auch da irgendwann haben sie es mal geändert und dann kamen sie auch tags wieder wieder also jetzt haben sie es wieder so gemacht noch keine ahnung warum hat sich bestimmt jeder beschwert und umgekehrt das ist sehr gut ich finde so und dieser die kennen ihn haben so richtig gut hinbekommen also so wie er aussieht im das stimmt ich kann ach schön hier ist was für die ditteln ist meine die dann komm und schnapp sie dir rechts lang oder links lang links ich gehe immer vor ich komme hier nicht hoch waren wir überhaupt schon mal im süden? ähm bis nur zu einem punkt aber das war auch noch vor der map ne? nee das war schon während der map weil da habe ich einen teil habe ich schon entdeckt im süden achso ok wir müssen hier rechts rum glaube ich hier ne? ja auf jeden fall ist das schneegebiet kann aber auch sein dass ich da mal hingelaufen bin um was zu sammeln vielleicht wegen eis oder so keine ahnung das kann sein im Norden war ja richtig heftiges schneegebiet ja ja ich habe den Norden oh tschüss naja der Norden Süden Süden hat ja eigentlich anatomisch wollte ich jetzt sagen oh pass auf hier geht es runter oh und hopp und hopp und hopp und hopp und hopp und hopp einfach mir folgen und hopp und hopp hallo hopp hopp Wasser oh ja Flipper Flipper so oh das ist aber viel Wasser es ist verdammt viel Wasser und da drüben ist schon das Schneegebiet da rechts ja das wird man auch angezeigt als Schneegebiet also da warst du dann wohl schon ja ja gut äh Giovanni Mo und rein damit ja bleibt uns doch nichts anderes ne hoi 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 hier mal gespannt wann unter Wasser Kreaturen kommen ich auch ich habe mal so eine Fanart gesehen ähm wo so ein Fisch und mit so einem Leafy zusammen gemacht worden ist das sah richtig cool aus glaub ich glaub ich so die Unterwassertiere aussehen könnten warum nicht ja schwimmen brauchen unbedingt Boote hier hm hm und wir schwimmen 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 hm hm die Map bestimmt rum oh Gott da rechts ist ja schon Festland ne also zumindest ne können wir ja schon mal da drauf oder ja ne schön warte mal das Bärchen ist Jesus es läuft über Wasser echt jetzt du aber auch ja echt ich auch ja und sie schwebt sie schwebt sogar haaaaaaah heilig die Kleine für mich ja interessant wie sieht das aus wie nur ein Balken hier ja ne ja ist doch mehr ja ist ein bisschen mehr ein bisschen Reis und oh oh Gott wie das hier aussieht ja ist krass ne was oh mein Gott hat das Mieke mich jetzt erschreckt oh mein Gott mich aber auch ey ich denk so was macht ihr denn da jetzt Hilfe da kommt ein Wald hoch hell ein Wald oh das mit dem Niro ey war jetzt echt heftig das war cool das war cool hat es mich zu Tode erschreckt ja doch ich glaub ich war hier ach das kann sein dass wir für dieses äh Longdingen Haus da irgendwas gebraucht haben weiß ich hier lang gelaufen mir das zu suchen du warst aber ganz schön weit ja also hier war ich jetzt aber auch schon du warst schon fast überall du warst schon fast überall ja ich auch ich nicht eigentlich hat sie schon die ganze Mapbecker erkundet mhm das ist aber eine große Schnee-Bioms-Fuzzi-Dinge da ist Wasser drunter glaub ich ja das kann passieren ne Mut 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 Wat Mut dat Mut mhm ja nein sie hängen nicht so aufteinander mhm sie betreibt mein Hobby das nennt sich Synchronsprechen ja wir sind Synchronsprecher hahaha bald olympisch bald olympisch ja ich stell mir schon die Kommentare dabei vor so wie man so einem Kommentator das kommentiert boah das war jetzt echt viel Kommentare haha ja ein wenig hast du denn auch ein Komma gesetzt? gedanklich bestimmt in diesem Satz du weißt auch wie ich meine WhatsApp schreibe stimmt auch wieder das ist natürlich echt praktisch wenn du so diesen scheiß Sprungback hast ne dann kannst du schön einmal G drücken wenn du oben bist dann gleitest du nach unten wie sieht dieser Canyon komisch aus? also hier rechts und die ja irgendwie schon ne der sieht so pink aus er ist ja auch Floyd ha 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 oooooh Bitter und gehen in die lehre gehen in die lehre ist doch voll viel da hinten ist wieder normales hier nichts noch sie ich wird verstehe das nicht jetzt ist bei mir sitzt hier ende ja ich weiß auch nicht was das ist aha geht doch geht ja ich weiß nicht irgendwie lebt ja nicht schnell genug nach ich hab noch relativ glück ja weiter 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 in die richtung jetzt nach links hoch hüpfen 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 und stop da bist du bei mir so und jetzt kannst du einfach weiterlaufen hier ist nichts oder soll wir warten und du dich neu einlochen wattensatz kaktusse kaktusse ganz viele kaktusse kaktusse eine neue area ich hab's nicht gesehen du hast ja schon alles entdeckt die lehre die lehre die hat diese welt gebaut wahrscheinlich wird laufen ja nach westen nach osten wir sind ja süden jetzt habe ich hier habe ich auch und noch mal ich bin jetzt unten ich hab hier wieder hänge ich in einer höhle wo bist du denn spring mal ich sehe den namen auch nicht mehr ich schwebe so wie weg dann bist du durch die welt gefallen oh ich sehen dinge ja bist du durch die welt gefallen jetzt bin ich glaube ich im wasser da da bist du rechts von uns ist er ja ja das sieht gut aus warte ich guck mal wie du guckst guck mal richtig guck mal geradeaus geradeaus genau jetzt links halten links ist andere seite links das ist link das ist links links halten gesagt willst du einmal das spiel neu starten damit du was sehen kannst ich sehe gerade was ok gerade sehe ich es wieder aber ich glaube das werde ich trotzdem gleich mal machen er ist ja nicht mehr lange ja warum brustest du ich hatte ein haar auf meine hand hat sie mich gekürzelt jetzt sehe ich nichts mehr ja du genau jetzt kannst du da vorbeilaufen geradeaus 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 durch die höhe da kommt ein baum ein bisschen weiter links oder rechts jetzt genau da ist aber keine höhle da ist nix da ist nix du bist durch die welt gefallen ich weiß ich glaube du musst wirklich das spiel neu starten hallo ding tu mir nichts tu mir nichts tu mir nichts tu mir nichts geh weg geh weg geh weg na du bist schon draußen ja kam gerade so gefährlich nah und gleich startet sie neues mittendrin in der korrupten welt ja wahrscheinlich so wir müssen jetzt nochmal von vorne von vorne von hinten hallo wo kreativiert oh meinst du nix mehr da hinten scheinen ja lustige bäume zu stehen boah warte ich ich komm zu dir ich eile guck mal da so links neben dem berg ich wollte sagen das sind Pampelmusen sind das nicht solche ja die wachsen ein bisschen komisch aber ich glaube das sind normale bäume ne ja aber die sehen von hier aus sehen die lustig aus so schräg ach solche bäume hab ich schon mal gesehen woanders die sind cool einfach ganz normale bäume aber die sehen die sehen schon cool aus ja wo bist du gespawnt noch gar nicht wow tiefes tiefes schwarzes loch uuuu oi schön das sieht gut aus mhm oh oh noch loch noch loch noch loch noch loch nussloch gibt's nicht gibt's handtaschen gibt's nicht gibt's handtaschen hä hä ich weiß nicht was mit handtaschen ja ah ich weiß es was denn das ist von hier wie heißt er Mario Bart ja genau mit der freunde die noch nicht lochten was handtaschen gibt richtig wenn er mit dem Akkuschrauber rauskam hä hä wo seid ihr wir sind einfach geradeaus weitergelaufen genau einfach in Richtung Süden wir müssen nur aufpassen da kommen zwei große schwarze tiefe Löcher dieser Berg hat Lochfraß ja der Bergwurm hahaha no hu hu weiter links halten wie weiter links geradeaus und links oder direkt links du müsstest mich doch schon längst sehen ach ich find's aber toll wie du so rumhüpfst boah hier ist schon wieder so ne Treppe nach unten ja jetzt bin ich ne Treppe aber die geht nicht weit dafür geht's nicht hier wieder rum nee das stimmt aber trotzdem bitte bitte ah wat ich fall hier runter ohne Fallschaden was ist mit dem eigentlich so hoch das ist doch bei mir egal das stimmt allerdings auch wieder ein Block fall ich runter und krieg Fallschaden ja willst du was da ah neuer Area ja jetzt hab ich auch neuer Area hu wir waren noch nicht hier ich war noch nicht hier oh oh wie kann dieses zumindestens nicht laut Garte Mann 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 Sachen gibt's gibt's ja gibt's nicht doch sieht lustig aus Canyon ja ne Canyon kein Canyon Canyon kein Canyon Canyon kein Canyon und Sand immer noch keine Kaktisse Muschel 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 juaaa eh kam ein Dusk Devil auf einmal angehüpft achso oh hier ist der Höhle ja, schön Willenmiss bringt glaube ich Besuch mit, ja macht's doch immer. So immer noch. Geh weg! Da ist ein Schweineprinz. Ja, hab ich gesehen. Ich flieh mal eben, das ist mir zu heftig. Äh, wie hat das Viech denn hier hingebracht? Unser Neigtmärchen. Die Neigtmarie, haha. Neigtmärchen. Ja. Es ist gut. Jetzt ist es soweit. Jetzt erst? Mhm. Jetzt geht's los. Die, 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 die. Der hielt mich, der hielt mich. Ja, was? Der hielt mich. Kennst du nicht? Nein. Oh, du hast nicht viel verpasst. Ja, einmal mit einer Kettensäger. Ja, durch. Ja. Hey, so, hier auf der Seite ist alles flach. Hm, flach. Es ist ein flach. Es ist ein flach. Schon wieder ein Permian. Huh? Noch wieder ein Dust Devil. Ich muss mal eben ein wenig heilen. Mach doch. Oh, da kommt eine Dust Devil. Und wieder eine neue Area entdeckt. Tipp, 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 tipp. Ich warte dann mal hier auf euch, ne? Wo bist du? Ah, da bist du. Die Fies sehen komisch aus. Ja, das sind diese, diese, diese Wüsten, die wies glaube ich, ne? Ach, diese Driedleaf. Ja, ja, genau. Da nähert sich wieder dieses weiße, ungesichtbare, unsichts, unsichtbare. Unsicht, gesichtsbare? Unsichtbare. Nein, pummelerumelo, pummelerumelo, pummelerumelo! Pimmelerumelo, pummelerumelo! Pimmelerumelo! Ja, ist ja gut aus. Was ist das mit Pimmeln? Es hat sich aufausgepimmelelemelo. Es hat sich aufgepimmelt. Aufgepimmelt? Cool. Wo kommt ihr denn her? Wer hat das ...? Wer hat das ...? Das ist ein Boss-Hawk. Wow. Die ist cool, die Höhle. Wenn das die Höhle ist. Das ist ein Boss-Hawk. Die ich gerade im Loch drin... Ne, ist eine andere Hülle. Hast du nicht das weiße Loch da am Ende gesehen? Ja. Du siehst das Loch drin. Stimmt. Ist das Licht am Ende des Tunnels? Nein, in einem Loch drin. Okay. Ein weißes Loch. Kein schwarzes Loch, sondern ein weißes Loch. Ja. Was ist das? Positives Loch. Das stößt alles ab, oder was? Ja. Es pustet. Es pustet. Es pustet. Es ist ein Blasenloch. Oh Gott. Da brennt Licht unten in der Höhle. Da war ich schon mal drin. Wo? Also, wenn du hier stehst, wo ich stehe, nach unten guckst, kannst du durch... Ich kann durch... Welcher Höh... wo denn? Hinter oben. Wenn du hier stehst und in die Richtung guckst, wo ich gucke, konnte ich grad eine Höhle sehen, wo Licht drin brannte. Hi. Ja. Dein Leu... Dein... 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 Dein Auge leuchtet grade auch. Schau mal die Auge. Ja, nur wir haben diesen Buck nicht wie du. Deswegen sehen wir das nicht. Deswegen sag ich ja. Es wird wärmer. Dein Leu... Dein Leu... Und da ging das nicht durch. Also könnte es das ja auch gewesen sein. Könnte sein, ja. Das ist wohl wahr. Aber ich glaube nicht, dass wir so weit mit einer Höhle schon vorgegangen sind. Also wir haben schon viel... Viel... Aber dann hättest du auch wenigstens ne New Area gesagt, oder ne? Ja eben. Meine Stimme kittlingt irgendwie komisch, oder? Oder? Ein bisschen heiser, ne? Ein bisschen. Ein bisschen. Du, warum wir striehen gestern? Was ist denn das Wochenende getrieben? Ganz viel. Ja. Hört sich auch so an, du. Ja. Party gemacht. Party gemacht. Party. Eine Laufparty. Eine Laufparty? Ja. Cool. Durchs Kölner Messegelände. Oh Gott. Was macht man in den freiwilligen Köln? Ab hier trinken nicht. Nee, definitiv nicht. Dann müsste man auf die Wiesen. Hä? Um Köln ein Bier zu trinken, muss man auf die Wiesen? Um Bier zu trinken allgemein. Aber? Egal. Wieso, um Bier zu trinken allgemein, muss man doch nicht auf die Wiesen. Nicole. Okay. Vergessen. You have discovered a new area. Ja, ich auch. Hier war ich auch noch nicht. Nee, ich auch nicht. Haha. Ihr seid genauso jungfräulich wie ich in dieser Gegend. Ui. Oh geiler Moment. Oh. Oh. Der nach rechts gleich lande. Ich dachte, du meinst den ganz linken. Ich dachte, du den ganz rechten. Nee. Den hier. Ui. Bärchen ist tot. Warum hast du nicht G gedrückt? Hab ich, aber es war wohl zu spät. Ja, das ist blöd. So, er hat noch gelandet und dann dachte er, ich bin tot. Das ist echt blöd. Ich hab deine Urne gefunden. Ich hab deine, ich hab deine Urne gefunden. Hast du das auf hart gemacht? Hast du das auf hart gemacht? Hart. Boah. Ähm, wenn man stirbt? Oh. Ach ja. Aha. Hast du gar nichts mehr? Nee. Warte mal, soll ich mal meinen Touchdown hier hinstellen? Wenn das passt. Ich weiß gar nicht, wo ist denn deiner? Ähm, nirgendswo. Okay. In meinem Inventory. Inventory. Nee, warte. Ich kletter mal eben wieder zu deiner Urne. Wo kannst du denn mich... Oh. Sonst muss ich nicht sterben. Wo ist denn deine Urne? Hier. Wo ist die? Ah ja. Na, alles drin. Kann ich? Warte, warte, warte. Äh, du hattest nicht mehr viel im Inventar, ne? Doch, wieso? Naja. Ich dachte, das kommt dann alles in die Urne. Du darfst. Es sind nur noch drei Handschuhe, ein Schwert, ein Biegen, Rezept, drei Lampen, so ein komischer Klaue und fünf von den Anti-Gift-Zeug für die Croppeded. Also die Rüstung ist weg, meine Schwerter sind weg, meine Handschuhe sind weg. Und das ganze Diamant-Zeugs, was ich noch hatte. Ups. Oh. Ich dachte, es landet nur in der Urne. Ja, das habe ich aber auch so gedacht. Ja. Weil es heißt zwar, ähm... Let's turn up the heat, creatures hit twice. Ich habe alles wiederbekommen. Wenn ich da reingucke, sehe ich nämlich nicht viel. Ja, ich habe auch nicht viel gesehen, nur so ein Teilstück. Achso, du hast alles wiederbekommen. Okay, dann ist gut. Dann ist es einfach nur nicht mehr unten in der Leiste drin. Wie willst du trotzdem rausnehmen, dieses Haken? Warum? Ja, ist doch... Wenn man wieder alles wiederkriegt, ist doch gut. Ja, aber trotzdem. Können wir ja trotzdem lassen. Rauslassen. Was hat ihr denn für Muschis? Hat doch keinen Sinn. Ja, alles gut. Wir sind weiche Eier. Ja, glaube ich allerdings auch. Ist doch egal, ob es drin ist oder nicht. Ach, ist noch was drin? Ich habe nicht alles genommen. Wie geil ist das denn? Ja, gut. Hä? Ja. Dann würde ich sagen, wenn ich die Folge mal für heute komme. Jetzt steht es aber bei mir drauf. Oh, wer? Ja, ich frage mich jetzt. Jetzt steht es aber bei mir drauf. Der Witz ist ja da drin, dass ich die Statue, äh, äh, schon drin hatte im Inventar, aber noch nicht alles. Naja. Warum auch immer. Ist vielleicht noch ein bisschen buggy. Wo seid ihr? Ich sehe euch nicht. Weg. Weg! Von Jannen! Ich komme hier runter. oluter. Hm. Das sieht nach ne Weile alles gleich aus. Wie ein Schwein hier war ich schon mal. Hm. Moment. 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 Das kann ja nicht sein. Na ja. Moment. 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 Andere Richtung. Richtung Süden. Also ich bin jetzt nur Richtung Süden gelaufen. Also dem Neo eigentlich hinterher. Ah, was ist das doch? Ah, ich mache euch. Okay. Ah, da ist er. Da kommt er angeschlichen. So gut, da bin ich. So, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge von Creativerse. Und wenn es euch gefallen hat, gerne ein Däumchen hoch da lassen, abonnieren, kommentieren, nicht vergessen. Und bis Samstag, macht's gut. Ja, bis Samstag. Tschüss. Tschüss. Tschüss.